Musik Herzlich Willkommen zurück zu Fuck Wild Primal. Mein Name ist Oknama Wunderlau und heute werden wir zusammen weniger helfen, Bestie töten. So, äh, ja, Tushi, du bist aber keine Bestie. Tushi, darf ich auf dich reiten? Warum geht das nicht? Tushi, komm her. Tushi, komm her. Das müssen wir uns mal näher anschauen. Tushi, du hast bestimmt Hunger, ne? Eine Streichleinheiten willst du haben? Hä? Tushi, komm mit. Tushi, komm. Komm hier raus. Wir probieren das nochmal hier draußen aus. Hier sind übrigens überall Mammuts. Und in der letzten Folge sind wir auch auf dem Mammut geritten. Heute will ich aber hier mal versuchen. Ah, jetzt auf einmal. Also das heißt, in der Höhle kann man nicht reiten. Kurios. Komm, Tushi. Wir müssen einfach nur geradeaus und dort ist weniger Hälften Bestie töten. Schwierigkeit, sehr schwer. Da müssen wir hin. Komm, Tushi. Komm. Ich wollte schon sagen, komm, Bestie. Aber Bestie, wir kommen zu dir. Was ist denn hier? Ein Bienenschwarm. Bin voll. Okay. Dann müssen wir das auch mal anwenden. Alter, was war das? Wie du rast. Was war das? Ein Wolf? Verpiss dich. Kusch, kusch. Ja, siehst du? Tushi kommt, haust du ab. So, Ladies and Gentlemen. Wir müssen hier runter, aber... Oh, shit. Oh, shit. An der Seite hier würde es... Oh, mein Gott. Okay. Wir haben noch nicht mal irgendwie Leben abgezogen bekommen. Also, zum Glück. Hier war ich doch einmal. Aber ich habe dich als guter Mann nicht gesehen. Und ich habe dich nicht angeredet. Es tut mir leid. Was? 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 Wir haben hier ab. Alter, Schwede. Tushi, geht's dir gut? Du Heiler. Warum haben die Mammuts uns angegriffen? Ich kann es leider dennoch nicht verstehen. Weil Mammut häuten... Wir sind sowieso, glaube ich, voll. Fangen wir uns das einfach mal an. Fleisch. Na gut, Fleisch kriegen wir. Aber das andere bin ich voll. Haut habe ich... Genug. So, wo ist jetzt der... Guck mal, jetzt ist der weggerannt. Der war doch eben hier. Und jetzt ist der hier. Egal. Yeah, let's go! Tushi kommt nicht raus da. Tushi ist eingesperrt. Egal, dann gehen wir weiter. Da ist es. Wenige helfen, beste töten. Ich gucke gerade mal. Genau, wir machen es am besten so. Wir gehen jetzt da lang. Hier. Dann gehen wir zum Lagerfeuer. Und danach gehen wir in Ruhe mal in der nächsten Folge, oder vielleicht auch hier. Na, ich glaube eher in der nächsten Folge, werden wir dann von Lagerfeuer aus hier in der Ecke diese Sachen machen. Weil dort ist die Jarawa-Höhle. Schon wieder so eine Jarawa-Höhle. Also, kurios. Also, wir müssen jetzt nach rechts. Da, la. Wir müssen noch nicht mal das Engel markieren. Hier. Da müsste was drin sein. Oh. Nordseeder. Bin leider voll. Hm? Leider, leider. Also, bin ich gespannt, was jetzt in dieser Mission so abgeht. Wen hier helfen, beste töten. Weil ich weiß genau, es kann leicht sein, aber kann auch wiederum schwer sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Wie schützt du die Wehne, ja? Sind wir schon da, oder was? Nö, wir sind doch nicht da. Das ist was ganz anderes. Ja, gut. Ja, gut. Dann machen wir eben das hier. Tushi, komm. Vom Gegner. Haben wir überhaupt noch Pfeile genug? Ja. Da kommen sie. Da kommen sie. Den ersten haben wir. Lockerflockig. Oh, ja. Auf der Seite achten, ne? Ich glaube, wir müssen es erstmal hier. Nein. Im Krieg streichen sie. Da haben wir. Ich hab... Mei. Wenn das jetzt... Alter. Tushi, du legst ja alle ab, Alter. Wie nice ist das denn? Fein, Tushi. Wie du wieder aussiehst, ne? Mit Blut und so. Ja. Jetzt müssen wir nochmal warten. Komm. Nochmal. Du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient. Auf jeden Fall. Feine Tushi. Aber Streichleinheiten... Streichleinheiten gibt es aber dennoch später, ne? Tushi. Mhm. Auf der anderen Seite, Tushi. Haben wir da hinten noch? Oh mein Gott. Alter. Alter Scheiß, Alter. Das sind die Gelben. Hat er wenigstens was Gutes dabei? Hat er gar nichts dabei. Was hat denn dabei? Auch nichts Besonderes. Tushi, komm, wir müssen wieder hier hoch. Krap, Tushi. Oh, wir sind behindert da. Ich habe auch so eine Keule. Guck mal. Junge, 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 Alter. Schon eine übelste Keule, oder Leute? Das ist die übelste Keule. Die große. Yeah. Hammer. So. Tushi, komm her. Du hast Hunger. Feines Tier. Die Angreiferform, beeil dich. Schau denn jetzt damit. Mach es nicht mehr, Leute. Ich bin auch nicht mehr, Leute. Und ich komme von hinten. Junge. Also, Junge. Kante. Jups. GG. Der hat die Massenschlägerei gewonnen. Untersuchen wir die Leichen. Aber die haben nichts Besonderes dabei. Die Opfers. Wenya. Wenya. Verteidigung ist das gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und die haben wir bestanden. Eigentlich müssten wir vier Dorfbewohner dazubekommen. Ich bin gespannt, was jetzt noch auf der linken Seite kommt. Ja. Okay. Dann ist alles gut. Komm her. Tushi. Wie viele Fähigkeiten haben wir eigentlich jetzt? Wieder mal acht Stück. Und die hier unten, die beiden, die müssen wir auch mal noch holen. Ich behalte meine Fähigkeiten. So. Reiten wir auf Tushi. Schauen wir mal die Karte an. Wo sind wir? Auf der linken Seite. Komm Tushi. Hier können wir nichts mehr machen. Außer tote Leichen begutachten. Und billige Sachen und Ruhstoffe von den Kriegen. Weil wir haben ja alles. Sondern jetzt müssen wir wirklich diese Mission weniger helfen. Bestie töten. Hingehen. Die müsste doch irgendwo hier sein, oder nicht? Aha. Oha. Das geht nie ab. Warum ist es noch so knapp? Können wir wenigstens noch hier hoch? Komm Tushi. Bitte, bitte. Aha. Zum Glück. Keine Chance. Keine Chance. Deine Headshot. Der andere Herz. Wait. Da ist es. Da hinten ist es. Da hinten ist es. Na, Udam. Udam, Udam, ja. Das ist mir doch zu hoch. Egal. Wir gehen runter. Ah, hier. Oha. Das geht nie ab. So. Wenier helfen. Bestie töten. Höhlenbären greifen die Holz sammeln. Oh. Sammeln den Wenier in Norden an. Jahre sie um, ihre Anzahl zu verringern. Machen wir. Wenier helfen. Bestie töten. Oh. Drauf habe ich gewartet. Gehen wir ein bisschen da hoch? Gut. Dann gehen wir da hoch. Ich steige jetzt hier ab. Komm Tushi. Lass mich runter. Wie viele Bären müssen wir töten? Sieben Stück. Sieben Stück. Ich will noch ein Bär. Ich will noch ein Bär. Ich will noch ein Bär. Oh oh. Vorher Pause. Wieso Tushi auch nicht weg? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Bär. Ist das dieser... Ich muss mir das mal anschauen. Ein Moment. Wir haben... Hier. Ja. Großer Naben... Nabenbär. Mh. Den haben wir auch noch nicht. Das kann sein, dass das der war, ne? Ich glaube ja. Ich glaube das war der. Weil der so groß ist. Gucken wir mal. Fleisch ab. Guck mal. Meint ihr. Wir finden noch einen. Schade. Wir müssen sowieso die erledigen. Wir dürfen die nicht zähmen. Kramtoshu. Oh la. Jetzt bin ich gespannt Haben wir den jetzt? Nö Das war der hier Toll Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit leben, ne, und sterbe, und starten Aber ich will lieber Tushi haben Irgendwie kommen wir gar nicht voran, ne Irgendwie Kurios Einen Moment Jetzt muss ich überlegen Tushi 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 Ich überlege nebenbei nochmal was anderes Alter Schwede Komm Essen wir Wir haben gerade mal 6 von 7 erledigt Das verstehe ich nicht Versteht ihr, wenn ich das meine? Wir haben doch schon 4 Ich schaue nochmal auf die Auf die Karte Aber ich glaube wir gehen auch nochmal bei Fähigkeiten Und schauen mal dort nochmal vorbei Vielleicht finden wir was Gutes Schauen wir einfach mal bei den Fähigkeiten Vielleicht können wir auch Tiere markieren Was ist das hier? Ne, auch nichts besonderes Gar nichts besonderes Das ist gut Sperreherstellung Stelle 2 Sperre statt 1 Waffenrat her Ja, aber hier Weniger Hälften beste töten Und wir haben jetzt 6-7 Jetzt müssen wir einfach weiter gucken Das kann doch nicht sein Weniger Hälften Heilige Scheiße Leute Heilige Scheiße Habt ihr das gesehen? Achso Die Zahl wurde immer höher Jetzt weiß ich nicht Zurück Ach ich bin so blöd Egal kann mal passieren Darf es aber nicht Wie geil ist das denn? Wie so ein Kunstbär Ausgestopfter Bär Cool Was ist denn was für eine Höhle hier? Nichts besonderes Nö, nichts besonderes Komm Tushi Das ist noch ein Ereignis Und dann hauen wir ab hier War eine geile Folge auf jeden Fall Auch dass ich mich vertan habe Mit der 6-7 Kurios Da haben wir auch Tushi komm Jetzt gucken wir nochmal auf die große Karte Wo wir hier hingehen müssten Ooooooh Großer Daba Bollwerk Können wir auch mal hin Und hier unten auch noch Jägerin Aber wir müssten zu allererst Aber trotzdem Erst hier rum alles machen Da ist noch ein Lagerfeuer ne Okay Dann gehen wir hier hin Zu dem Lagerfeuer Und dann gehen wir hier so lang Machen wir Tushi ich brauch dich Tushi Komm Wir reiten Wir reiten Hurra Ein Dorfbewohner Ein Dorfbewohner dazu bekommen Okay Das ist gut Wie kommen wir jetzt am besten hier runter Au Der Baum war im Weg Ist echt eine schöne Landschaft hier Ich werde sie vermissen wenn wir In Richtung In Richtung Grüner Wald Oder eher gesagt Grüner Dschungel hingehen Oder zur Wüste Wo kein Schnee mehr ist Aber Schon cool Schon cool gemacht Wir überrennen dich Aber wir Wir haben den Wolf nicht genommen Ach du Scheiße Oh mein Gott das geht tief runter Wieso gehe ich jetzt hier lang Ich bin so ein Idiot ne Guckt euch was mal an wo ich lang gehe Na ja Dahinten Dahin muss ich Was geht da ab Wir schaffen wir Ein Verlust egal So Wir steigen wir ab Wir sind angekommen Hier war ich auch noch nicht Ist das eine krasse Aussicht Und so tief Oh je Mini Oh je Mini Hat einer mal ein Fernglas Ne Tuschi Krass oder Auf jeden Fall Also In der nächsten Folge Werden wir Hier nach oben gehen Wenier Armband Hier Taisha Hand Nochmal gucken wo die ist Dann gehen wir hier nochmal Wenier Armband Hier ist nochmal Wenier Helfen Suchen und Retten Genauso wie hier Wenier Helfen Befreiung So in der Art Taisha Hand Also hier gibt es noch viele Sachen Das werden wir in der nächsten Folge machen Ich hoffe euch hat das einigermaßen gefallen Ich war ein bisschen durcheinander auf jeden Fall Heute in dieser Folge Aber ist dann schlimm Kann mal passieren Mit den Zahlen Dass das hoch und runter gehen Wie gesagt Leute Ich mache jetzt erstmal das Lagerfeuer an Weil wir sind ja im Moment Immer noch in der Schneewelt Es ist eisekalt Ich bin an dieser Stelle erstmal raus Bleibt gesund Haut da rein Tschüss und bis bald Ciao Ja Tschüss Schönen Tschüss 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 Schönen Tschüss Das ist